wow 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 das war knapp, das war knapp, das war knapp was macht es jetzt? jetzt haben wir es besiegt genial ich habe das viel besiegt hurra und eine heilung nur verbraucht ich war ja ziemlich richtig, ich war ja ziemlich gut und damit haben wir den letzten hausschlüssel passiert jetzt eigentlich nur was? ja, ne? ne doch nicht wir haben es besiegt, so wie ich es geplant habe oh, du hast mich schraubt du hast mich geplant? ja, es ist tot aber... richard... er ist... er ist weg ich entschuldige es ist meine Schuld ich sollte ihn... ich habe einen pharmazeutischen Raum gefunden ich finde, ich kann mit etwas benötigen ich werde da sein ich bin glücklich, dass du noch okay bist ich bin glücklich, dass ich eigentlich Kriegen wir also? Übersetze sido Chris, du bist hier. Meine Worte genau. Wo ist Jill? Ich dachte, du war mit ihr. Ja, ich weiß. Wir wurden verabschiedet. Ich verstehe. Anyway, wir sollten ein Weg nach hier rauskommen, bevor wir zum Zombie-Food kommen. Got any suggestions, Wesker? Wir sollten besser auf die Situation einbeziehen. Es muss noch eine Anwendung sein, die noch in dieser anderen Mansionen erforschen werden müssen. Chris, ich will sie noch einmal anschauen. Ich werde meine Anwendung hier weiterentwickeln. Natürlich. Versuchen sie das Ganze mal. Echt, ey. Krank. Krank, krank, krank. Aber gut. Jetzt haben wir noch ein Problem. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich habe den Kampf geschafft. Aber wir sind noch nicht in Sicherheit. Ich weiß jetzt nicht, wie viele. Komm. Aber ihr wisst jetzt, was kommt. Meine liebsten Freunde. Das werde ich nehmen. Der hat mehr Schuss. Ach, Mann. So, dann gehen wir mal ins Haus und untersuchen mal die ganzen anderen Türen, die uns noch fehlen. Man müsste jetzt gleich wieder in der Cutscene kommen wegen Brad. Das ist Brad. Wenn du mir nicht antworten kannst, gib mir ein Zeichen. Chris de Brad. Könntest du mich hören? Brad. Es funktioniert immer noch nicht. Begreif das aber auch nicht. Naja, gut. Dann ist es halt so. Brad ist unser Abholer. Den brauchen wir noch. Hi. Nein, ich lauf schon wieder in der falschen Richtung. Warum tue ich das? Deswegen lass... Das wäre idiotisch. Dahin will ich. Ich muss nämlich nach oben. Die Kurve brauche ich jetzt nicht. Alter. Da in der Ecke hockt das Vieh rum. Was mich vergiftet. Shit. Muss schnell... Handeln. Aber ich hab hier jetzt kein Kraut. Jetzt hab ich eine Truhe. Äh, na super. Dieses Missfeed, das hat in der Ecke da unten. Ich hab's jetzt endlich gesehen. So ein Dreck aber auch. Naja, natürlich. Hunde. Grau ich mich an, wenn ich gerade... ...hier am Gift verrecke oder was. Hm. Es müssen aber noch neue Items hier liegen, ne? Naja. Was haben wir denn jetzt hier? Ein Ice-Hilfe-Spray. Was haben wir denn da? Eine Blendgranate. War noch irgendwas? Ne. Das war's. Was steht denn hier? Schüssen sie sich hiermit vor dem Ungeheuer in Ketten, das... ...gegen Kugeln... ...gefreit ist. Ich habe auch den Türgriff repariert. Damit sie entkommen können. Rescum. Anstatt Barry... Ach, da blinkt ja noch was. Da blinkt ja noch was. Ich muss nochmal zurück. Da. Da habe ich fast was übersehen. So. Jetzt kommen unsere guten Freunde wieder. Obwohl ich keinen Bock habe auf die. Hier ist der Hund weg. Jetzt sind einige Zombies weg. Dafür bekommen wir... ...nette Gesellschaft. Von denen hier. Jo. Hallo Hunter. Ich habe keinen Bock auf dich. Oh, Chris. Geh da rein. Geh da rein. Geh da rein. Unser netten Hunter ist denn jetzt da? Und hier um die Ecke müsste einer sein. Und oben ist auch noch einer. Hervorragend. Oh, jetzt brauchen die auch noch drei Schüsse. Ach du Scheiße. Hervorragend. Läuft das jetzt hier. Kann ich eigentlich... ...die Pistole... ...weckpacken, weil die bringt uns gar nichts. ...gegen die Viecher. Wo haben wir denn das Kraut? Da. Das Grüne nehmen wir auch mit. Erstmal nur die Vergiftung heilen. So. Das kombiniere ich mal. Zap, zap, zap. Gemischte Kräuter, blaues Kraut, alter Schüssel. Okay. Weiß so was, dann nehme ich aber das Kampfgewehr nicht. Dann nehme ich das normale Gewehr. Ich muss tatsächlich... Einige Hunters werde ich jetzt plätten. Wie zum Beispiel den jetzt vor der Tür. Oh, der ist immer noch nicht tot. Bitte. Er ist schon runter. Oder auch nicht. Alter. Die sind kapnickige... Autsch. Okay. Das war jetzt eine andere Sorte. War ja klar, dass ich jetzt schon... ...halb tot bin. Gut. Dann können wir hier nach oben gehen... ...und direkt erst die erste Tür... ...machen. Die muss ich zum Glück nicht verbrennen. Eigentlich bin ich... ...wenn der da unten gewesen ist... ...hätte ich doch in Ruhe lassen können, ne? Muss ich jetzt hier rein? Äh... ...ich glaube... ...wattet mal. Nein. Hier muss ich nicht rein. Ich muss... ...da hinten rein. So war das. Jetzt fängt die Schuße hier wieder an. Hier muss ich rein. Genau. Hier war... ...ein Helmschlüssel. Das ist herrlich hier. Im Haus. Ach das Rätsel. Gut. Machen wir erst mal das. Das soll uns hier nicht jubeln. Damit wir hier nicht zerquetscht werden. Voll unruhe, wo halt das Gewehr... ...da mittendrin ist, aber ist okay. So. So. Dann schnell zurück. Und hier rein. Hier lang. Und jetzt nur noch... ...ne Schiebe. Zack. Haben wir das auch erledigt. Und kommen jetzt hier hin. Zum Dolch. Aber hier war doch noch was... ...interessanteres, ne? Ach hier war das... Ach hier komme ich doch zur Hüte wieder. Och da will ich doch gar nicht hin. Ah ne, da unten... Ne, ich muss da runter. Weil... ...wir kommen ja... ...ähm... ...unten hin. Ähm... ...und... ...schalten den Strom nur wieder... ...ein. Ihr könnt wieder anhalten. Ich hab jetzt kein Bock dazu. Dann gehen wir mal runter. Unten lauten auch noch Spinnen, ey. Äh... Eigentlich kamen Bock auf die jetzt. Aber okay. Na weißt du was? Wie lau? Ich laufe einfach dran vorbei. Wie war's damit? Ne. Okay, da ist die Karte, die ich haben wollte. Die hab ich bei Jill... ...gar nicht mitgenommen. Ah, scheiße. Bin ich vergiftet? Komm, lass mich doch durch. Dann schiebe ich... Sag mal... Ah, jetzt bin ich vergiftet, ne? Ja, war ja klar. Ah, ich kam da nicht durch. Mist, wir sind jetzt drei Spinnen. Okay. Aber hier ist ein Kraut. Das kommt ja wie gerufen. Das kommt ja wie gerufen. So. Dann werde ich immer... ...den Dolz schnappen. Ah, kommt mal her. So. ...schnell den Strom anschalten. Komm. Ja. Der Strom funktioniert wieder. Und verschwinden. Habe ich zwar jetzt eine Kugel verschwendet, aber... ...ist okay. Ist okay. Jetzt kommen wir nämlich unten... ...ähm... ...in der Küche wieder raus. Nicht da, wo... ...les... ...wo Lisa ist. Ach, ähm... So. Von hier unten aus... ...kann ich auch... ...den... ...na, komm! Okay. Ah, natürlich. Hier unten kann ich erst... ...den Fahrstuhl aktivieren. Nur von hier aus. Toll. Das hat er mich doch noch erwischt. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Äh, hier kommen ja auch noch, ne? Zombies. Und hier kriegen wir die Batterie. Die wir brauchen. So. So. Warte mal, hier lang, ne? Warte mal. Ah, komm! Okay. Haben wir das geregelt? Okay, hier haben wir auch noch... ...Kräuter. Die wir definitiv brauchen. Toll, jetzt habe ich eine Blendgranate. Verschwindet. Und... ... ... ...